Die GFM-Glocke Kommt irgendwie vom Durchmesser ziemlich klein vor. Sonst gehts hier runter. Oh, siehts mich sauber aus. Weniger Wasser als beim anderen Bunker. Die GFM-Glocke Die GFM-Glocke Deer Es tut mir leid, es tut mir leid. Wahnsinn. Wahnsinn. Achtung. Was ist denn da? Das ist so laut. Jetzt geht es doch mal runter. Da geht es nicht zu feucht hier. Warte. 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 Die Latrine. Die Latrine. Der Maschinenraum leider total geplündert. Beziehungsweise ausgeräumt. Mit der Küche. Mit der Küche. Aufpassen hier. Aufpassen hier. Das ist nicht so groß. Das ist nicht so groß. Jawohl. Das ist so großartig. Weitern Untertitelung des ZDF, 2020 Das andere Treppenhaus Das ist wahrscheinlich ein Wassertank oder ein Öltank Das andere Treppenhaus 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 Was ist das? Das war's. Das war's. Das war's.